Die NBA-Saison 1993-94 war die 48. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 5. November 1993 und endete am 24. April 1994. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 28. April 1994, die Mitte Juni mit den NBA-Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Houston Rockets mit einem 4 zu 3 in der Serie gegen die New York Knicks sichern. Saisonverlauf Die 1993-94 war die erste nach dem Rücktritt von Michael Jordan. Das All-Star-Game 1994 fand in Minneapolis statt. Die Auswahl des Ostens gewann das Spiel mit 127 zu 118. 10. MVP des Spiels wurde Scottie Pippen von den Chicago Bulls. Entstände In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt. Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Playoffs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert. Auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat. Ehrungen Most Valuable Player Hakeem Olajuwon Defensive Player of the Year Hakeem Olajuwon Justin Rockets Rookie of the Year Chris Webber Golden State Warriors und Grand Hill Detroit Pistons Sixtman of the Year Dale Curry Charlotte Hornets Most Improved Player Don McLean Washington Bullets Coach of the Year Lenny Wilkins Atlanta Hawks All-NBA First Team G. Latrell Spreewell Golden State Warriors All-NBA Second Team G. Kevin Johnson Phoenix Suns All-NBA Third Team G. Gary Payton Seattle Supersonics NBA All-Defensive First Team G. Gary Payton Seattle Supersonics NBA All-Defensive Second Team G. John Stockton Utah Jazz All-NBA Rookie First Team Wynn Biker Milwaukee Bucks All-NBA Rookie Second Team Nick Van Exel Los Angeles Lakers Playoffs Die erste Playoff-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven. Siehe auch Untertitelung des ZDF, 2020